Was für PS4 ich habe, aber ich spiele nur auf der Xbox, kann man eben sagen, welche Mannschaft ganz... Mach ich jetzt einen Walkout? Freunde, Freunde, eine Legende, eine Legende, wer ist das, ein Enkel? Egal, eine Legende, eine Legende, wir haben das erste Mal eine Legende gezogen. Oh mein Gott, Freunde, wir haben eine Legende gezogen. Oh mein Gott, Freunde, wir haben eine verfickte Legende gezogen. Und ich habe gesagt, wir haben noch nie eine Legende gezogen. Macht eine Screenshot, Freunde, verteilt es, verteilt es, macht Screenshots, verlinkt nicht, einfach eine Legende, das ist doch ein Bug. Oh mein Gott, Freunde, oh mein Gott. So, machen wir mal weiter mit den Picks. Freunde, ein Walkout, ein Walkout, es ist endlich mal wieder ein Walkout. Oh, wieder eine Legende, Freunde, es ist wieder eine Legende, oh mein Gott. Es ist wieder, es ist wieder eine Legende, Freunde, um 1 Uhr 5, wir haben wieder eine Legende gezogen. Was soll das? Wir haben wieder eine Legende. Oh mein Gott, und meine Nachbarn schlafen schon wieder. Es ist 1 Uhr 5, wir haben eine Legende gezogen, Freunde, ein weiteres Mal. Oh mein Gott, macht einen fucking Screenshot, wie letztes Mal, teilt es überall. Oh mein Gott, das kann nicht der Ernst sein, meine zweite Legende innerhalb 2 Wochen. Oh mein Gott, no way, Freunde, no fucking way. Oh mein Gott, wir haben Luis Figo gefilmt, was ist das? No. Forever. No. 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 No.